Hattest du generell eine Taktik, wo du reingegangen bist oder bist du einfach ganz unverblümt da? Ich habe einfach versucht, mit Anke Engelke zu üben. Ich habe die immer angeguckt und angeguckt, wie sie es macht und habe dann festgestellt, ich glaube, Anke geht mit einer Regieanweisung da rein. Anke sagt sich, die nächsten sechs Stunden werden nicht gelacht. Und das habe ich versucht zu übernehmen und zu sagen, Ina, die nächsten sechs Stunden werden jetzt nicht gelacht. Das ist deine Anweisung. Und wir gucken dann mal, ob es funktioniert hat.